Ich bin hier an der Hortensie dran. Das ist deine erste Aufgabe direkt für heute. Wir schneiden hier die alten Blüten ab, bis immer zu so einem Punkt abschneiden. Jeden Stiel anschneiden und dann kannst du hier diesen Strauch mal für dich parat machen. Ja super, da hast du ja schon den nächsten Strauch in Angriff genommen. Ja, toll. Ich gebe dir nur noch ein paar kleine Tipps. Du hast die ganzen Blüten weggemacht und jetzt kann man die ganzen kleinen hier, die nach innen wachsen, die kann man auch noch wegnehmen. Und man kann auch hier zum Beispiel, wo sich zu vieles bildet im Strauch, einfach für den Habitus noch was nachschneiden. Habitus bedeutet, dass wenn es dann rausgewachsen ist, wie es am Ende dann aussieht? Ja, richtig, genau. Ah, okay. Ja! Yes! Mehr complained Na MUCH! Ja! Also bei uns즈 Mind ass upp кус garg一次重要 Ich habe mich mit, cosas ag familiares. Es Ellis, die due вещи lager! E · Sie Parlament!